Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zahlen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Hier ruht mein Zig-Zachs. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Smaragd. In diesem Part erkunden wir den Pyroberg. Nachkommentiert. Also, das Video ist etwas kürzer, weil ich die Ausschnitte durchgeschrieben habe, ja, bla, Wolf Rupert und so. Ja, das habe ich dann rausgeschnitten. Auf den Fahnen des Pyrobergs keucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dieses Verdicht ist mit dir helfen. So schade, dein scheiß Brötchen ist voll. Okay, dann schmeißen wir erstmal was weg. Okay, auf die Pfannen. Und bla bla bla, Schutzband erhalten. Ein Schuppi! So im Pyrobergs Level 61 Und den letzten Part haben wir, der auch nachkommentiert wurde, die Landrouten erkundet. Die restlichen. Danach kommen jetzt nur noch Zielrouten. Und hier kommen wir schon mal zum Doppelkampf. Hey, suchst du nach Pokémon, du bist mir hinterher geschlichen, Fleece Link. Dein Einblick ist unergewählend. Ich verschwinde, bevor dir irgendwas passiert. Pokémon Mark und Hexe Kerstin. Ravekick und Emo Grain. Atomara Level 25. Oh, 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 tut mir nett, entschuldige bitte. Hm, was du hast hier? Ja, ich bin außer mir vor Schreck. Schwarzgut Bernd mit einem Hariyama. Lebenbrühe und tschüss. Nein, ich habe meine Intelligenz verloren. Wir machen hier eine Mutprobe. Wenn ich zeige, wie cool ich bin, wird sie sich sicher nicht verliehen. Besser, ich werde die Vernichtung schlagen, da bin ich echt cool. Ich kann dir gerne das Gegenteil beweisen. Junges Glück, Ina und Leif. Und ich glaube, wenn ich dich jetzt besiegen würde, was jetzt der 100% Gefall wäre, bist du jetzt im Abgrund vergraben. Ich kann auch mal Hubs sagen. Hubsi! Ne? Au, 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 au. Der Boden hat einigen Sternlöcher. Ich habe das nicht gesehen und bin ins andere Stockwerk gefallen. Autsch, aua. Und Schuppi. Level 62 für Zumpax. Oh. Die Erinnerung an mein Liebling Indigo. Ich könnte weinen. Doppelkampf. Jetzt. Ahahaha. Dies ist kein Platz für einen kleinen Hustenscheißer wie dich. Warum bist du hier? Psycho-Kamina und Tugmon-Züchter-Agnis. Niko und Wain, genau. Genauigkeit sind. Niko wird die Attack ab. Da da da. Da 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 da. Nachtu. 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 Niko und Surfer. Kadabra. und Pfiff hier. Alle Level 26 fällen gerade auf. Bodycheck und Surfer. Und tschüss. Das letzte Pokémon an Zick-Zack. Bodycheck und Surfer. Mal wieder. Gegenangriff von Zick-Zack mit Sandwirbel. Gleiches Szenario. Aber Atsumaru regelt. Level 27 Oh, ich habe ihn mir in die Hose gemacht. Das war unglaublich. Du bist ein ganz besonderer Trainer. Ich würde mir gerne deine Pokémon anschauen, wenn sie starker geworden sind. Bitte zeige mir sie dann unbedingt. Bogenzüchterangnis wurde eingetragen. Und Schuppie. Die unkörperliche Atmosphäre der Berge hat meine zivilischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du. Du wirst gewinnt. Träumen weiter. Psycho-Wulf Und ein Drassler. Hab ihm. Noch eins. Nur ein Kyurelia. So. Ich vertiefe mich in Selbstmitteleid. Selbstmitteleid. Super-Schutz erhalten. Aber Beutel kennt ihr. Ist immer voll. Vital-Code schmeißen wir weg. Und heben Super-Schutz auf. Und setzen wir das gleich ein, damit wir gleich Platz haben für ein anderes Item, das wir vielleicht noch bekommen können. Büro-Berg. Ich hab mal gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare, Zwerge. Bandura. Eine Hexe. Ich hasse Niederlagen. Mein Lehrer. Bitte achtet auf meine Fortschritte. Vielleicht sein Lehrer hier gestorben. Hiroshi. Ein Schwarz-Groht mit einem Haki-Yama. Mein Lehrer, bitte verzeiht mir. So, und die drehen. Also der Rechte dreht sich in Uhrzeißel. Links, äh, genau andersrum. Wenn ich hier bin und durchdrückt mich eine Selbstarmacht. Hast du die Orientierung verloren? Keine Angst, ich bin ja hier. Texte Tabitha und Psysofret auf Ongenau und Subirus. Ponyshaker auf Ongenau und Surfer auf beide. ein Schwarz-Näu So, ein Surfer Hat nicht ganz gereicht, aber Setz mal noch einen drauf Und tschüss Die Macht ebt ab Du hattest die Orientierung Gar nicht verloren Hehehe, ich hab den Kopf verloren, aber Ich habe dieses Talent Ohne, dass ich den Bucke nachbrüllen muss Hexe-Tapita wurde angetragen Team 30 Spukbein Gefunden Hier gibt's nichts weiter Lachsrauch gefunden Man muss bienen und nach oben Und Bitte nehmt den unteren Loch Dann kommt er nämlich zu diesem Item Ein Sehrauch Oder das Sehrauch Das Sehrauch Ach, käme wieder an Das Item Sehrauch So Riesenperle weggeschmissen Und Sehrauch Aufgehoben So Jetzt Geht's hier raus TM48 Weiterwechsel gefunden TAPTUN TAPTUN Oh, schön, dass ich das nochmal wieder hören kann Ah, ist das geil So, ähm, schmeiß mein jetzt weg TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Da 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 da, da dah 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 dah. Da? Da da dah 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 dah... Wow, das ist so gut. N hamm das auch gut vor eins, bitte! top-eater das ist cool könnte man theoretisch einfach einsetzen theoretisch ich weiß gar nicht mehr bis das eingesetzt habe aber glaube nicht ein hyperball cool dad bei der balltasche da brauchen wir uns keine sagen machen hier befindet sich nichts mehr gehen wir mal zu dem nächsten abschnitt des bürobergs gipfels wir sind auf dem gipfel gut bemerkt Pech für dich wärst du hier gewesen hättest du nur gegen das weinerliche team magma antreten müssen aber jetzt musst du gegen unsere starke antreten ein kann die wahl immer die anunci ich hätte die gehe er gegen ten range lassen sein ich finde die musik so geil top trank brauchen wir eh nicht singt setzen gleich ein genesung holen wir uns später und zwar in menge deshalb für uns sinnvoll sinnlos aber jeder kann spielen wie er will kann er top trank gerne bergen also für mich persönlich kennt man auch theoretisch auch verkaufen aber da ist jetzt die zeit nicht dafür nein die idioten von dem magma wagen brauchen sie wir müssen sie einholen ein super ich dachte du willst zu thema gehören und wärst noch mal zurückgekommen zu viel langweil habe ich auch nicht hey ich kenne dich doch zum schluckberg du kannst kein team an warum bisher ich weiß du wolltest mittel bei team magma werden aber die wollten dich nicht denk mir nicht dass du mittel bei team agma werden kannst team aqua rüppel und team aqua rüppel setzen pfiffchen und weimar also langsam wird es aber auch mit den attacken bisschen knapp aber ich setze jetzt erdbeam ein dafür setze ich schweibos ein denn erdbeam hat auch viel pokémon keine wirkung heißt tschüss wiffchen hat kein überkauf go sleigh und schweibos level 26 für schweibos so die nächsten pokémon sind carnivana und zubats und felskrab und guck ne flügel schlag und tschüss wenn du dich schon in fremde angelegenheiten einmischen muss dann macht das bei team magma wenn du team aqua unbedingt beitreten wird können wir darüber reden mag von team magma mag uns vielleicht ein schritt voraus sein aber wir haben das was wir wollten die rote kugel von pyro berg ich adrian halte sie endlich in meinen händen hehehehe und winzig unsere ultimativen träume erfüllen ok team los gut oh nein das darf nicht sein nicht nur die blaue sondern auch die rote kugel wohlgestohlen die beiden kugeln dürften niemals voneinander getrennt werden sie gehören nicht zusammen was wollen die männer nur mit kohlen kugeln ich meine team magma wäre als erstes ergebnis und hätte die blaue kugel mitgenommen aber sie hatten es sehr anders und haben sie das hier zurückgelassen ich habe keine ahnung was das ist du kannst es gerne haben vielleicht kannst du damit was anfangen magma emblem am büro berglingen mir die geister der pokémon die von uns gegangen sind zur ruhe von ihr aus hat man einen ausblick über die ganze region von höhen die körperlosen geister der pokémon finden hier ihre ruhe es ist zur verfügung dass du jetzt hier bist möchtest du meine geschichte hören eine lange sehr alte geschichte der höhenregion ja es geschah vor langer langer zeit die welt erhebte unter der auseinandersetzung der pokémon des landes mit den pokémon des meeres die pokémon des landes erschufen berge und kontinente die pokémon des meeres erschufen hohe wellen und tiefe meeresbecken das duell wütete ohne absehbares ende die welt wurde von unerbarmungslosen stürmen und unglaublichen entfernenlos heimgesucht die blaue und die rote kugel setzten schließlich diesem kampf ein ende licht strahlte von den beiden kugeln und beruhigte die kontrahenten die beruhigten pokémon verbargen sich in den tiefen des meeres unter der erde und eines tages verschwanden sie das war die schüsse ja das war es soweit von let's play pokémon zmaragd und hier finden wir erstmal nochmal einen sonderbombom und wir fliegen jetzt erstmal nach Segra Subsidy und in dem nächsten Part schauen wir uns die Stadt genauer an Daumen hoch für diesen Part und schaltet das nächste mal ein zum Beispiel